Das hier, das bin ich. Ein Chatbot. Ich arbeite mit dem ÖBB Kundenservice zusammen und bin sozusagen eine Art selbstständiges Computerprogramm, mit dem du dich unterhalten kannst. Ich beantworte Fragen zur Österreich-Card und Vorteils-Card direkt auf unsere Website, genau hier im Chatfenster. Einfach Frage eintippen und schwupps, gibt's eine Antwort. So einfach helfe ich dir weiter. Ich erspare dir das Herumsuchen auf der Website, liefere blitzschnell genau die Antwort, nach der du fragst und bin immer bereit, eben weil ich ein Chatbot bin. Doch noch bin ich in der Ausbildung. Deshalb ist es für mich auch wichtig, dass du deine Fragen leicht und verständlich stellst. Wo bekomme ich das? Verstehe ich zum Beispiel nicht. Zu wenig Informationen. Wo bekomme ich die Vorteils-Card-Klassik? Verstehe ich hingegen super. Wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang, gehe quasi noch zur Schule. Darum kenne ich vorerst nur Antworten zur Österreich-Card und Vorteils-Card. Weiß ich einmal nicht weiter, springt einfach eine Expertin oder ein Experte vom ÖBB-Kundenservice für mich ein und schreibt mit dir weiter. Das heißt, du bekommst immer eine Antwort. Ich werde ständig weiterentwickelt und laufend mit Informationen gefüttert. So kann ich dir bald zu noch mehr Themen Antworten geben und dir zukünftig besser weiterhelfen. Denn dafür bin ich da. Und jetzt bin ich bereit für deine erste Frage zum Thema Österreich-Card und Vorteils-Card.